Ahoi Freunde und Willkommen zu Hardcore Team Deathmatch Remastered wird gespielt Freunde. Ihr seid auch Hardcore für eure tolle Unterstützung. Auf allen den Videos mit euren Likes, Kommentaren, wie auch immer schießt mich tot. Nein, nicht mich, schießt die Gegner tot. Hardcore Freunde, wie erwähnt, da muss ich echt ein bisschen jetzt mehr aufpassen, nicht so raschen wie ein verrückter. Bisschen Zurückhaltung ist angesagt. Mal schauen, ob das was wird hier. Luck brauche ich. Bisschen Skill brauche ich. Unerfahren noch bei Hardcore hier. Was soll's. Test, Test, Test. War ja schon Gegner. Number One für Gamer, jawohl. Hat gezählt. Mein Name ist gestanden, weiß geschrieben. Geh mal da lang. Hey. Liegt der Sauhund am Boden? Aber ich habe ihn. Ich habe ihn, Alter. Liegt der Hund am Boden? Liegt der tatsächlich am Boden? Ja, leco mio. Leco mio. Hier bisschen aufpassen. Genau deswegen. Genau ist da gerade einer hinten. Ne. Bleib mal hier ein bisschen. Aha, da ist ein Gewehr, habe ich gesehen. Gewehr habe ich gesehen. Ah, schade. 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 Ah. Komme ich noch zu mir mit der, mit der Dingsbums hier. Drohne raus. Da unter mir ist einer irgendwo. Genau der. Gute Drohne. Schöne Drohne. Da vorne im Eck ist irgendwo einer. Ha. 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 Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. No. Hinter mir hat mich einer gekillt. Shit happens. Ne, jetzt fangts an. Jetzt fangts an, Freunde. Jetzt fangts an. Hinten ist einer drauf. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Gefährliche Stelle. Rein. Geh mal. Rein. Jetzt links. Zieh aufpassen. Nein, Mann. Ich habe doch geschossen, Alter. Zuerst. Was soll die Kacke? Mann, jetzt kacke ab. Dreimal in Folge. Verreckt, Alter. Ja, leco mio. Geh mal halt aus dem Weg, Alter. Ja, ja, Kollege. Ich habe dich gesehen. Ich dachte, das war ein Gegner. War aber keiner. Aber da ist irgendwas. Da ist einer. Okay, hinten ist keiner mehr. Jetzt starten sie auf der anderen Seite. Schnell rüber. Erwischt. Na, er holt mich, Mann. Er holt mich. Komm schon, Alter. Er holt mich. Unglaublich. Ja, unser Helicopter ist draußen, aber nicht meiner. Mann, es gibt es nicht, ey. Wie schnell ist denn der immer, ey? Steht es überhaupt? 7, 5. Auch scheiße, Mann. Nicht gut. 8, 5. 9, 5. 10, 5. Ha! Die waren geil, ihr Wichser. Da kommt einer, glaube ich. Was macht denn der da? Ah, Mann, ey. Jetzt habe ich gedacht, Alter, der eigene hat mich umgebracht, Alter. Komm schon, ey. Hier. Kriegt ihr ein Geschenk? Kollegen. Luftschlag. Hoffentlich holt er jemanden da hinten. Niemanden, oder was? Aber ich hole dich. Mann, jetzt habe ich den eigenen umgebracht, Alter. Weil er mir genau in Schussbahn gelaufen ist, Alter. Da habe ich mir genau in Schussbahn gelaufen. Tut mir leid, mein Freund. Dich hole ich. Ah. Hier. Haha. Weggeholt, Alter. Ich habe es mir gedacht, dass du noch herkommst. Kommt noch einer? Kommt einer? Ah, erwischt, Kollege. Einmal da. Wischst du noch einer? Ah? Bisschen vorsichtiger spielen. Hinten ist keiner. Scheiße, ey. Ach, komm schon, Alter. Ich kann meine Dings nicht mal raushauen hier. Hier einmal noch. Nachladen. Gib ihm, Gamer. Schlecht gut angefangen. Du geiles Sau. Zwischendurch mal versaut wieder, natürlich. Okay. Da ist einer draufgegangen. Kommt der da her? Kommt der da her? Oben, glaube ich, ist einer. Na, ich gehe mal von außen her. Zu Sireit. Ah. Schade. Wie steht es überhaupt so? Ah. Ein paar Mal bin ich so lächerlich gestorben, Freunde. Aber für das erste Mal, oder das zweite Mal Hardcore, das ich spiele. Ich weiß nicht. Ich glaube, erstes Mal. Kann sich die Scheiße sehen lassen. Kann sich die Scheiße sehen lassen. Okay. Zeig mal die Punkte her, mein Freund. 18,6, Freunde. Ahoi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und aus die Maus. Ich hoffe, es hat euch wohl gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein Paus. Ich hoffe, es ist ein Paus. Ich hoffe, es hat euch geäbales. Vielen Dank.